Jetzt werdet ihr gesprächig, ne? Jetzt werdet ihr gesprächig. Ja, jetzt werden wir gesprächig. Und da sind wir auch schon beim nächsten Let's Fun. Let's Fun Burnout. Paradise, ne? Ich glaube, es geht los hier, ey. So voll so. Ja, ihr habt es gerade nicht mal gehört. Es ist jemand Neues dabei. Vielleicht stellst du dich auch kurz vor. Ja, hallo erstmal. Gut, danke, das reicht. Ja. Lass dir nicht mal Schlagkräfte. Auf jeden Fall. Warte mal, soll ich mal eben synchronisieren? Wäre vielleicht besser, ne? Hä? Wir sind nicht in SS... Challenges anzeigen, Spieler, besten Audio, Online, Fahrer, Spiel verlassen. So. Ich könnte ja mal hier, ähm, an der Stelle ein Screenshot von meinem Bild hier gerade einfügen. Das mache ich auch jetzt gleich auch. Jo. Und zwar ein richtig geiler Bug. Ich sehe nur viel Reifen. Ballen. Ey, bei dir ist ja ein Rücken abgeladen. Ich bin durch die Wand gefahren. Warte mal. Wie war nochmal ein Screenshot? Drucker SDR BF oder mehr Painter oder so SDR GV. Okay. Ich glaube, ich hacke. Alex? Das kann ich nicht gut heißen. Ich bin ein Wallhacker. So, was machen wir denn heute? Stimme verstellt. Ähm, ja, das auch. Troll, aber dazu müsste ich jetzt mein Spiel minimieren. Ich würde sagen, wir gehen das mal ein paar andere Typen tägen. Ne, ich meine eigentlich. So, erst mal Opfer aufsuchen. Ja, okay, komm, Opfer aussuchen. Wie wär's mit dem Türkisen? Ich nicht. Du bist doch nicht Türkis. Ups. Doch. Ich würde sagen... Klar, du warst nur noch Pink. Ich bin immer noch Pink. Äh, ich meine Violett. Ich war eben auch Pink. Ich meinte Berkan. Das ist so irritierend, wenn man nur vier Reifen sieht. Wenn du jetzt unter ganz schmalen Brücken herfahren würdest, wenn es die hier geben würde, würdest du wohl crashen? Ich hab keine Ahnung. Bei mir ist alles vier Reifen. Sogar die Civis sind vier Reifen hier nur. Ist ja interessant. Hast du ein Screenshot gemacht? Ja. Gut. Alter. Das ist irgendwie voll die... Liegst du daran, dass ich irgendwie die Auflösung ein paar Mal verändert hab? Ich glaube, es ist so dunkel. Als ich nochmal einen alten PC hatte, da hab ich das einmal... Hab ich, glaube ich, mal alle Auflösungen durchprobiert, dieses Wort gehabt. Ja, so was ich... Hattest du das Wendig-Spec da an? Nein, das war nochmal ein ganz alter PC. Ja, hier hab ich's ja an. Vielleicht nichts daran. Ja. So, ich würde mal sagen... Ja. Ich würde mal sagen, vielleicht nehmen wir den... Den Host. Nee, der kriegt das dann. Das ist doch egal. Moment mal, ich hab was... Das ist das Wichtigste vergessen. Ja. Jetzt komm. Weiter angucken. Auf. So, der Host ist ein Noob. Lighttix Fight auch. Shalex auch. Dann kommen wir. Äh. Naja. Das Übliche, ne? Also... 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 Also alles Shooter-Gings, ne? Ich hab grad schon so viele Takedowns gemacht, wie ich in meinem ganzen anderen Burnout-Leben noch nie gemacht habe. Wahrscheinlich hast du auch am längsten gespielt heute, ne? Soll ich dir was sagen? Die Hälfte davon waren an mir, als ich... Gar nicht wahr. Wahrscheinlich als du da gerade kurz irgendwas am einstellen warst für die Aufnahmen, ne? Ja, war ich auch. Weil du wahrscheinlich wieder zu doof hast, das aufzunehmen. Zu doof? Wenn ich hier noch viel rein und sehe, dann ist das auch nicht witzig. Doch, das wäre doch mal ein richtiges Let's-Fan. Ich sehe nicht mal die Straßen mehr richtig. Die sind jetzt auch irgendwie so weiß. Ja, siehste. Die denn hier, also. Wäre doch mal geil. Alter! Achso, ich... Hey! Ich sehe den Tunnel nicht! Hallo! Ja. Ach, die sind an dem üblichen Platz, wo wir schon seit 30 Folgen sind. Erfield. Hey, da ist der Host! Erfield. Hä? Ich... Oh, Takedown. Der macht... Achso, ich entschuldige mich übrigens, falls ich ab und zu mal einen Frame-Einbruch habe. Das könnte an verschiedenen Dingen liegen. Ups. Wie zum Beispiel, dass du drei Milliarden Zusatzprogramm im Hintergrund laufen hast. Ja, aber ich kann immer noch besser aufnehmen als du. Jetzt fängt er, jetzt fangt er schon wieder an zu betteln. Das ist doch eben das so. Ey, der Host ist wieder da! Das ist nicht gut. Ich habe ihn aufgeregt. Ja, klar. Das ist ja logisch hier. Also ihr seid... Ihr seid, ähm... Ja, das sind wir. Fabi, das habe ich gesehen. Hat er getroffen? Hat er geteatet? Wow! Achso, was? Hat er geteatet? Total inkoment. Ja, hat er. Los geht's. Alex ist... Boah, das ist ja irgendwie hier. Er ist erst dein Take-Down. Ja. Ja, gleich holen wir auch den... Ich habe ihn mir hart erarbeitet. Ja, die ganze Zeit nur auf einen Typen draufgefahren, der nichts gemacht hat. Aber der hat es gehört. Das ist das... Ich nenne das... Ihr könnt das gar nicht beurteilen. Boah. Ihr wollt... Ne. So, langsam wird mir das hier zu bunt. Ja, ich höre auch mal lieber auf hiermit. Weil wir fahren da 30 Folgen, ich zumindest immer auf dem FW-Punkt. Hä? Wir müssen den Leuten mal was bieten. Hä? Wir müssen mal... Oh, ey! Alles wieder in Ordnung bei mir! Was hast du denn gemacht? Ich habe einfach ein anderes Auto ausgewählt. Super. Ja, und der Hose hat auch... Ja, warte, ich habe ihn überrascht und dann hat er... Den Geist aufgegeben. So. Ach, du bist ja nicht Hose, ne? Sonst hätte ich gesagt, mach mal Markman. Ich gucke. Mach dir ein Burnout-Mikro eben an. Ich? Ja, du. Wofür? Damit du ihm sagen kannst, start the Markman, please. Äh. Den Typen, den ich gerade viermal getaked habe. Ja. Und der gar nicht anwesend ist. Da haben wir noch so einen Noob. Was soll das denn hier? Immer die Leute denken, die nicht da sind, ne? Ah, ach, ach. Ich dachte, ich bin nicht gemeint. Natürlich bist du gemeint. Ja, beim ersten Mal wusste ich aber gar nicht, dass er inaktiv ist. Beim zweiten Mal wusste ich auch nicht, beim dritten Mal habe ich so Zweifel gehabt und beim vierten Mal... Ja. Ich habe gerade geschätzte 300.000 Millionen Barrel Rose gemacht. Und auf dem Dach mal... In Wirklichkeit hast du gelandet. Und... Und... Mal weiter. Okay, in Wirklichkeit waren es dreieinhalb. Jööööö. Bei Zeiten kann ich euch mal Gritch zeigen. Da macht ihr dann irgendwie 18 Barrel Routes, wenn ihr es richtig macht. Gibt's nicht auch irgendwie sowas mit 100 Millionen, 1000, wo man dann in so einer Luft Du meinst wie mein super tolles Video mit den Takedown, äh, Flatspins Ja, auf dem eigenen kleinen privaten Kanal Ja genau, der hat 6 Abonnenten und der andere Kanal 8 Das sind ganze 14 Alle Leute, die nicht abonniert haben, kennst du Ja, das ist richtig, außer einen Obwohl, den kenn ich mittlerweile auch, zumindest hab ich von mir ganz viele Videos von ihm angesehen Dein eigener geheimer Kanal Ja, den Namen will ich nicht erinnern Den Namen kennst du schon, Berkhan, du, der ist dir noch wahrscheinlich wieder entfallen Ich, nein, ich rede von den Zuschauern, die werden den nie erfahren Wie viele Klicks, 6 oder? Ja, also auf manchen Videos sind es schon fast 100 und auf einem sind es über 4000 Ja, das ist nicht kopiert Das Geilste ist ja auch erstmal von dir Äh, ich hab keinen Bock mehr auf R-Feels Ja, ich war die ganze Zeit erfahrbar hinterher, um den Zuschauern mal was zu bieten hier Danke Wer nimmt jetzt doch mal auf? Ich? Ja Hintertrag Komm, ich bin nicht runterspringen, so eine Kacke? Oh, fick dich Den Hodensack in kaltes Wasser hängen Das ist der Fall, was ich muss sagen Die wealthy, die sind nicht nur auf den Weg, die sind nicht nur gute Die, die definitiv Nein Natürlich? Nein Wer ist jetzt dieser, ich will mich dieser orangene Schild Ich bin hier also der Schadal blablabla. Komm, wirken war jetzt mal ein bisschen eindrucksvoll. So, komm, Fabi, lass uns jetzt mal hier ein bisschen aufräumen, komm. Ja, komm hier, sofort erstmal Nighthawk, ne? Boah, komm. Erstmal auf... Scheiße, falsch das. Nein! Alter. Ey, wollt mich noch helfen. Ey, ja, komm. Nein, 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 nein. Bist du der Peller, ne? Schau es mir die ganzen Opfer hier. Nein. War schon der Detektor. Pass auf, gleich komme ich. Du, ja. Wenn ich meine... Du machst, wenn es ein AFK ist, ne? Ne, wenn ich meine... So, dass ich jetzt nicht schaffe, da hinzukommen. So eine gefügte Stunde dürfte... Du fährst in mich rein und ich werde irgendwie nach oben katapultiert. Ist auch logisch. Da war auch ein Auto. Oh. Bei mir nicht. Na, ich sag dir, der Verkehr ist ein bisschen unterschiedlich. Ja, 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 ja. Ja! Verdammt. Oh, oh. Ich... Oh, nein, 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 nein! So eine Scheiße. Ey, der Peller ist oben. Ja, kein Ding. Wir können ihn trotzdem mal fangen. Komm her, Frederico Harbo. Ist der doof. Der wollte das versuchen, was du mal machst. Ist ja rückwärts gefahren, ja, oder? Cheaten. Ah, das ist kontraproduktiv. Ja, weißt du, ich guck die ganze Zeit da hinten, damit ich dem Ausweichen kann. Wir sind alle drei ausge... Oh. Alex, ich hab schon so viele Take-Downs wie du, ne? Stimmt doch gar nicht. Oh, er ist hinter mir. Ja, ich bin gerade nur halt etwas, äh... Du schonst doch deine Kräfte, du schonst doch. Ja, ich muss mich vorbereiten auf den großen Fight. Äh, kein Bock mehr, was? Ja, das ist doch echt. Arm hier, voll armselig hier. Das ist doch... So was für Freude am Spiel. Oh, weh, Alfonso kommt nochmal wieder. Alfonso, Didi Marco. Letztes Mal, als er da war, hat er nicht alter Viergeleicht. Alter, weil... Ja, hör... Erstmal Trainer hier, schöne Ball. Ja, der, ne? Nicht ich. Das muss man klarzustellen. Wenn ich jetzt noch zu euch finden würde. Ich komm zu dir. Kuba Games. Ey, Fabi, Kuba Games hat's auf uns abgesehen. Zumindest wollte er mich gerade taken, hat's aber nicht hinbekommen. Weil ich ihn auch getaked habe. Ja, er ist Kuba Marginist und nicht Kuba Games. Oh. Ja. Soll ich dir nicht vielleicht noch meine Brille geben? Kannst du mich verarschen? Ja. Okay. Wer ist das? Ach, das sind alle! Take in! Yay! Nicht mich. Nee, nee, hatte ich nicht vor. Nur, ich kam aus dem Drift, also, ne? Verstehst du? Boah, das Spielback gerade voll bei mir rum. Oh, das ist auch nicht, oh, egal. Ich, egal! Oh. Aber kann... Ich vollidiot. Ja? Wer ist auf der falschen Straßenseite? Ja, ich weiß, es ist erbärmlich, ne? Ja. Wenn schon, denn... Ah. Oh, ich dachte, du tristes. Ja, ich weiß es nicht mehr. Ja, ähm. Er kommt jetzt bestimmt mit dem Toy, äh, Toy, ähm, eh, den Ding. Take dann 4x4. Ich komme gleich mit dem Lumpus. Ja, das hätte ich mir vorstellen. Der Lumpus ist scheiße, wenn ich gerade den Extrem-Ding hast. Ein echter Pro kann mit allen, äh, Wagen spielen. Wabi, machen wir Parts, oder? Sagst du? Nein, wir machen keine Parts. Oh, das wäre eigentlich besser gewesen. Weißt du, ist klar, ist klar.